Halli-Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lure of the Temptress. Wir befinden uns gerade im Weinkeller, in dem sind wir ja in der letzten Aufnahme gelandet, denn wir befinden uns jetzt in der Burg von der bösen Hexe Selena. Und unsere Mission ist immer noch, diese alte Hexe aufzuhalten. Also ich meine, alt ist sie ja nicht. Sie ist ja eine Verführerin. Sie soll ja sogar ziemlich schön sein. Wir haben sie ja an sich sogar schon gesehen. Wir haben uns ja schon vor einigen Folgen in sie verwandelt. Und wir gehen jetzt erstmal hier nach oben. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Bin sehr gespannt. Äh, ah, hier scheint direkt das schon wieder. Ich denke, das hier ist, das habe ich in letzter Aufnahme schon gesagt, ein Sklave, ein Arbeiter hier. Ich weiß es gar nicht. Kadaver. Die rohen, blutigen Überreste eines nicht mehr erkennbaren Tieres liegen halb zerfetzt auf dem riesigen Tisch. Schmierige Fettbrocken hängen an dem ungesund aussehenden Fleisch. Ja, das würde ich jetzt nicht mehr unbedingt essen. Generell rate ich ja dazu, weniger ist mehr. Ähm, lass mal angucken, was ist das denn? Ach, das ist Fett. Das große, achso, das große Stück Fett ist gelblich, weiß und mit halb durchsichtigen Sehnen durchzogen. Es scheint im flackernden Feuerschein widerlich zu zucken. Äh, und, also, das ist echt ein bisschen ekelhaft, Leute. Aber gut, ich esse ja sowas sowieso nicht, von daher. Du schüttelst dich vor Ekel, als sich deine Hand um ein besonders ranziges Stück Fett schließt. Mit zusammengebissenen Zähnen und geschlossenen Augen reißt du es vom Kadaver ab. Mh, lecker. Eine Zange. Äh, lass mal angucken. Das muss ich mir mal angewöhnen, dass ich erstmal die Sachen angucke. Patske, verließ auf, wo du hintrittst. Ist ja gut. Die Zange ist alt und verbogen und wurde wahrscheinlich dazu benutzt, heiße Kohlen auf dem Herd zu legen und wieder herunterzunehmen. Die nehmen wir mal mit. Okay. Äh, Herd. Angucken. Der Herd ist durch die ständige Benutzung schwarz verrust und strahlt eine so starke Hitze aus, dass du nicht näher herantreten kannst. Äh, was ich mal kurz nachgucken kann. Text, äh, Sound einmal. Sound war an. Ist echt merkwürdig, wenn hier kein Sound läuft. Und langsamer Text ist hier eingestellt. Keine Ahnung, ob es was bringt. Äh, Pfanne. Diese Pfanne ist überraschend klein verglichen mit all den anderen Geräten in dieser Küche fast als zart zu bezeichnen. Die Oberfläche ist glatt wie Seide und glänzend vom jahrelangen sorgfältigen Einfetten. Dies muss die Omelettenpfanne des Chefkochs sein. Mh, lecker Omelettes. Äh, Kessel. So. Der gewaltige, eiserne Kessel wurde für die Zubereitung der riesigen Mahlzeiten für all die Wachen und Diener gebraucht, die früher in der großen Burg angestellt waren. Ach stimmt, das war ja auch die Burg vom damaligen König, bevor dieser von Selena gestürzt worden ist. Was machen kann ich hier aber auch nicht. So. Die Küche. Der riesige Herd mit seinem prasselnden Feuer stromt eine Hitze aus, die sich mit der aus Lutherns Brennofen messen kann. Aus den Kochtöpfen steigt dir ein unappetitlicher Geruch in die Nase. Mh, lecker. Hier tropft irgendein komisches Plutonium runter. Ich will es gar nicht wissen. Kabel. Kann ich die gucken erstmal an? Sie sieht mehr wie eine Mistkabel als wie ein Essbesteck aus. Damals wurde ja vor der Rechtschreibreform wurden ja noch viele Wörter, die heute mit Doppel-S geschrieben, mit Scharf-S geschrieben. Deswegen steht hier noch Essbesteck mit Scharf-S. Ähm, genau. Die Zinken sind grünig, ist mir auch schon bei anderen Wörtern aufgefallen. Zum Beispiel bei das. Das wird ja heute mit... Das wird heute mit Doppel-S geschrieben und früher halt mit Scharf-S. Ihr wisst glaube ich, worauf ich hinaus will. Die Zinken sind grünlich verfärbt und die Vorstellung, was diese Verfärbung bewirkt haben könnte, löst dir einen Schauer über den Rücken... Achso, lässt dir einen Schauer über den Rücken laufen, okay. Gerät. Das ist eine sehr... Der Gerät. Was macht der Gerät? Der Gerät... Das habe ich jetzt extra gesagt. Erfüllt keinen offensichtlichen Zweck. Es könnte zu einer Rattenfalle gehören oder vielleicht zum Melonenschäler gedacht sein. Auf jeden Fall hast du so ein Gerät noch nie gesehen. Ja, der Gerät kann gut Melonenschneiden. Besonders zum Melonenschneiden, was ist denn das für ein Gerät? Hier kann ich aber nichts mitnehmen, ne? Ne, aber ich kann mir alles angucken. Das ist irgendwie ganz cool. Muss ich zwar ein bisschen mehr vorlesen, aber gut. Die Klinge des langen Messers funkelt gefährlich. Genau die Art von Waffe, die die lederartige Haut der Skoll leicht durchdringen könnte. Und dann nimmt das nicht mit. Ist ja super. Keller. Besonders, ich habe gerade meine Hand, das fällt mir eben erst auf, auf WASD liegen. Das ist ja für jeden PC-Gamer normal, dass man die Hand auf der Tastatur liegen hat, auf WASD. Aber das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure. Das heißt, ich brauche die Tastatur gar nicht. Ist auch mal ganz angenehm. Ich kann ja das komplette Spiel nur über die Maus steuern. Außer wenn ich speichern muss. Fürs Speichern muss ich die Enter-Taste drücken. Aber das ist eigentlich echt ganz geil. Keller. Keller. Die riesige Kelle sieht aus, als könnte sie für die Belagerungsmaschine benutzt worden sein, auf der du als Kind gespielt hast. Na super. Und ein Fun-Wender. Ist das ein Fun-Wender? Obwohl hier ist so eine Kette. Keine Ahnung. Ich kann es nicht deuten. Das können wir nicht mitnehmen. Sonst noch irgendwas. Ich sehe mich hier nochmal um. Ich will ja auch nichts übersehen. Ja, nee. Wir haben jetzt übrigens eine Zange. Und dort hinten war noch ein... Ein... Was war denn das? Auf jeden Fall war am Herd... Ähm... Am Herd... Fass noch ein... Moment, wir sehen es gleich. Hier, hier ist es. Genau. Spundzapfen. Genau. Können wir den mit dem... Ding rausziehen? Äh... Hier mit der Zange genau. Entschuldigung. Ich bin etwas verwirrt mal wieder. Eh... Nichts passiert. Fass. Spundzapfen benutze. Äh... Zange. Der Zapfen springt heraus und der Wein läuft aus dem Fass. Wow. Direkt auf unsere Schuhe. Den Typen kümmert es natürlich gar nicht. Wir... Wir stehen da mal drin rum. Wir werden schön mit Alkohol getränkt. Das ist natürlich auch toll. Können wir später besser brennen. So. Trink. Aha. Okay. Stimmt. Wir haben hier noch das Auge von Dittrin. Immer diese seltsamen Namen. Äh... Wir haben... Haben wir eine Flasche? Ja. Achso. Ja. Moment. Ich gehe mal jetzt zum... Fass. Kann ich hier sonst noch was auswählen? So. Ah. Ich dachte, wir können jetzt unsere Flasche füllen. Anscheinend... Schade. Was uns das jetzt gebracht hat? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt so einen Sprungzapfen dabei. Sprungzapfen? Sprungzapfen? Wie heißt denn das Ding? Ich weiß es nicht. Ich habe es heute nicht mit Namen. Die Aufnahme geht erst fünf Minuten, aber schon habe ich wieder alles vergessen. Oh, guck mal ein Herd. Okay. Wir gehen weiter. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich lieber speichern sollte. Ähm... Ist das... Wir fragen mal ihn hier. So. Guten Tag. Okay, wir gehen erst mal wieder... Ja. Ja, das... Ja. Äh... Das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Äh... Wortwörtlich gut gelaufen. Okay. So lustig war das jetzt auch nicht. Hab keine Angst, mein Junge. Okay. Ich habe keine Angst, ich bin nur überrascht. Ach warte, ich habe ihn hier anders synchronisiert. Wie heißt du? Mino, was wollt ihr hier? Ich bin mir nie sicher, wie ich die synchronisieren muss, äh, soll. Ich muss irgendwie in den Turm kommen, mein Junge. Mein Meister ist der Torwächter, ein riesiger Skull und er säuft schon den ganzen Tag, an dem kommt ihr aber nicht vorbei. Wer seid ihr überhaupt? Der Text scheint echt langsamer zu laufen. Ja, wow, das ist ja toll gewesen. So, sprich mit. So, hey Mino. Ja, jetzt, jetzt geh mal hoch. Ach so. Der Junge ist dünn und blass, ein zerzauster Haarschopf fällt ihm in die Stirn. Seine mageren Arme und Beine sind mit blauen Flecken, alten und neuen übersieht. Das höre ich aber nicht so gerne. Hat dich jemand verhauen, Junge? Der kriegt jetzt von uns erstmal eine Klatsche. Nachdem wir hier, ähm, komisch rumlaufen. Nach dem Motto lieber gut gelaufen als, ähm, irgendwas. Mir fällt gerade kein Motto ein. Ja. Ja, okay. Okay, cool, wir können ihn ausfragen. Das mag ich. Finde ich, äh, also, das ist ja eigentlich ein typisches Point-and-Click-Adventure-Element, dass man hier die Leute ausfragen kann. Aber das gefällt mir auch daran. Ich bin der, mhm, ich bin der amtliche Bier- und Weinprüfer, natürlich. Und der bricht, der, das ist normal, der amtliche Bier- und Weinprüfer bricht in den Weinkeller ein von den Leuten, um den Wein zu prüfen. Das ist logisch. Macht er immer. Ich bin hier schon, äh, das ist schon die fünfte Burg in dieser Woche, in der ich eingebrochen bin. Ich bin gekommen, dich nach Hause zu bringen, mein Junge. Mhm. Ich werde dir helfen, zu fliehen. Ich komme wegen Selina. Ich frage einfach mal das Erste, weil ich, ich finde das einfach geil. Das ist einfach so bescheuert. So ein Quatsch, ich bin doch nicht von gestern. Ja, aber vielleicht von vorgestern. Okay, hat nicht funktioniert. Wer hätte es gedacht? So. Ich werde dir helfen, zu fliehen. Ja, das ist doch schon mal eine gute Sache. Ich gehe nicht wieder zu meinen Alten. Oh. Ich glaube. Aber warum denn nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Er hat mich doch an die Skoll verkauft. Oh. Okay. Nein. Wer ist denn dein Vater? Mokos, Sir. Hat all sein Geld versoffen und konnte die Steuern nicht mehr bezahlen. Also hat er mich verkauft. Alter, ist ja ein super Vater, ey. Der Mokos. Und ja, ich weiß ja, also. Das ist der Mokos aus der Bar. Dieses. Der Typ, der immer so gemeint zu uns ist. Der ist immer so gemeint zu mir. Alter, der hat einfach seinen Sohn verkauft. Was ist das denn für ein Arschloch? Der Junge tut mir voll leid. Hm. Okay. Sagt dem Skoll, dass Selina ihn sehen will. Sagt dem Skoll, dass einer der Fässer im Keller ausläuft. Ja, ich weiß nicht. Sagt dem Skoll. Der will jetzt also anscheinend den Skoll weglocken. Ich bin mir nicht sicher. Also den Wächter anscheinend. Im Keller ist ja was ausgelaufen. Also das wäre irgendwie noch das Logischste. So. Sagt dem Skoll, dass eines der Fässer im Keller ausläuft. Er wird durchdrehen, wenn er denkt, dass der Wein einfach versickert. Ah, okay. Passt gefälligst auf, wo du hin trittst. Ja, wie der Vater, so der Sohn. Aber der Junge tut mir schon irgendwie leid. Boah, der Vater von dem ist echt ein Arschloch, ne? Oh. Ich gehe mal wieder. Entschuldigung, die Herren. Wollt euch nicht stören. Äh, ich speichere gerade nochmal. Und zwar, so jetzt muss ich die Tastatur bedienen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So. Ich habe es hingekriegt. Sehr schön. Ja, Aufnahme Nummer 5. Hat man gerade schön gesehen. Äh, hier ist irgendwie ein Kronleuchter. Da geht es nicht. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ich habe nochmal gespeichert, falls die mich jetzt töten oder essen. Oder beides. Wer zum Teufel ist da? Und da vaut er mich. Ich finde die Sequenz schön. Slow-Mo-Schlag. Äh, so. Okay. Genau deswegen habe ich gespeichert. Okay. Dann gehen wir da später lang oder gar nicht. Wie auch immer. Und jetzt gehen wir erstmal nach oben. Hm. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt echt. Richtung Ende des Spiels. Ah, geht der jetzt zu dem? Ah ja. So, eins eurer Fässer hat ein Loch. Was? Ein Unglück. Keine Panik, Junge. Ich komme so schnell, wie ich torkeln kann. Aber zu dem Jungen scheint er irgendwie nett zu sein, ne? Also, das kommt mir jetzt irgendwie human vor. Dafür, dass die so... Komisch sind, die Viecher. Ah, und die anderen sind doch ausgenockt. Warte, da könnten wir auch noch weiter, aber jetzt geht er ja in den Keller. Das heißt, jetzt können wir doch auch da unten lang gehen, oder? Der Skull kümmert sich jetzt erstmal um den Wein. Das ist das Wichtigste hier. Gut, ich meine, die Skull tun mir auch irgendwie leid. Die wollen ja die ganze Zeit Menschen essen, aber dürfen es halt nicht. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen kritisch. Obwohl ich Menschen essen eher uncool finde. Also, wenn andere Menschen essen. Kannibalismus ist natürlich völlig in Ordnung. Das geht schon klar. Das klingt doch gut. Oh, nein! Nein! Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Cool, sind wir im anderen Teil des Raumes. Die sind echt alle betrunken, ne? Hier liegen so zwei in der Ecke. Oh, scheiße, der verfolgt mich ja, glaube ich. Wie schnell er gewesen hat, hat er mich nicht gesehen. Na, egal. Wir haben ja vor kurzem erst gespeichert. Das ist jetzt nicht so wild. Oh, oh. Hebel. Äh, nein. Ziehe. Mach. Schnell. Wow. Das hat jetzt viel gebracht. Slow-mo. Ähm, das Gute ist jetzt nicht schlimm. Denn, wir beeilen uns einfach diesmal, dass uns der Skull nicht bemerkt. Und wir versuchen jetzt einfach mal ganz elegant an diesem vorbeizuschleichen. Also, während der Skull dann hier in den Keller geht, gehen wir dann quasi schneller durch den Saal hier. So, genau. Jetzt müssen wir kurz warten. Da ist er, ja. Sogar für einen Skull ist der hässlich. Du erkennst ihn in, du kennst, du erkennst in ihm den Wächter wieder, der dich im Kerker verspottet und gefoltert hat. Ach, das ist dieses Arschloch. Ist das der Typ, den wir eingesperrt haben am Ende vom, äh, am Anfang vom Spiel? Ist das der? Also, ich meine, die sehen für mich jetzt alle gleich aus, aber ich nehme an. Was? Ein Unglück. Keine Panik, Junge. Ich rette das Bier. Bier, 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 Bier ist toll. Bier, Bier, Bier. Ich hoffe, ich treffe ihn jetzt nicht. Oh, scheiße. Warte mal kurz, vielleicht sieht er mich nicht. Du. Er sieht mich nicht. Das ist aber schön. Okay. Jetzt ist es Timing-Sache. Jetzt muss ich einfach so schnell wie möglich nach rechts und dann denke ich mal, dass er mich nicht bemerkt. So, Beilung, 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 Beilung. Komm, komm, komm. Jetzt laufen wir ja ganz nüchtern durch. Im Gegensatz zu den anderen Herren hier. Nein, jetzt geh weiter, Alter. Wann, ey, jetzt steht dieser Junge hier im Weg. Jaja. Wie der Vater, so der Sohn. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt gut hingekriegt haben. Ich finde es schön, wie die hier in der Ecke liegen. Und so vor sich her zucken. Okay. Die Wachstube. In diesem Raum befindet sich ein Mechanismus mit schweren Ketten, die durch Öffnungen in der Decke führen. Okay. Binde. Das sind Ketten. Hier ist ein Hebel. Die Zapfen der hölzernen Winde sind vom Alter und dem ständigen Gebrauch abgenutzt. Das sind Ketten. Und hier ist ein Hebel. Uns bleibt ja nichts anderes übrig, außer den Hebel zu ziehen. Der Hebel bewegt sich nicht. Er scheint zu klemmen oder festgerostet zu sein. Oh. Ich dachte eben schon, der Skull kommt rein. Kann ich den jetzt darauf ansprechen? Nein! Alter! Was ist das denn für ein Arsch? Ah, Mann! Ich dachte, wir können den irgendwie so umgehen. Schade. Also manchmal finde ich das nicht so gut. Ui. Okay. Jetzt ist die Sache. Aber stimmt, da fällt mir was ein. Ich kann ja auch dem Jungen sagen, dass er den Skull nicht in den Keller schicken soll, sondern zu Selena. Wir gehen jetzt einfach mal hier nach oben, um zu gucken, was sich hier befindet.